Nach diesem Video wirst du die 5 besten Vorbereitungstipps für das Geschichteabitur 2019 haben. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wenn du in Geschichteabitur hast, dann ist dieses Video perfekt für dich, denn jetzt kommen meine besten 5 Tipps, wie du richtig lernst und dich optimal vorbereitest. Erstens erzähl dir geile Geschichten. Ich meine das Fach Geschichte geht ja eigentlich, auch wenn es erstmal wie sehr viel trockener Stoff auch wirkt, vor allem um Geschichten. Und trockener Stoff ist immer schwierig zu merken, aber Geschichten, die sind richtig leicht zu merken. Ja, wenn dir deine Oma früher irgendeine Story immer erzählt hat, die kannst du wahrscheinlich jetzt noch einfach weil unser Kopf dafür gemacht ist, sich Geschichten zu merken. Und das sollst du dir natürlich vor allem in Geschichte, in welchem Fach sollte es einfacher sein, unbedingt zunutze machen. Das heißt, egal welcher Ablauf war, egal ob es ein Krieg war, ein Vertragsschluss, andere Wandlungen oder was auch immer gerade bei dir Thema ist, ist, erzähl dir selbst das möglichst emotional, das ist das Geheimdienstletter, möglichst emotional als Geschichte. Das heißt, du kannst einfach selbst deinen eigenen Insider mit reinbringen. Ja, erzähl die Story vielleicht ein bisschen anders, sollst keine Fakten vertauschen, sonst schreibst du in der Klausur falsch hin. Aber du kannst ja zum Beispiel dem Kanzler nicht seinen richtigen Namen geben, sondern einfach eher einen Namen, der ein bisschen lustiger ist. Und mit dem du dir vielleicht eher auch den richtigen Namen merken kannst, anstatt einfach nur trocken den ursprünglichen Namen ausdrücklich zu lernen. Sei da ein bisschen kreativ, spiel damit, erzählst dir vor allem selbst sehr emotional und dann wird es sich hier oben garantiert einprägen. Zweitens, beteilige dich jetzt schon richtig viel im Unterricht mit. Aktuell sollte noch jeder von euch Unterricht haben und da unbedingt, unbedingt, unbedingt jetzt schon in Geschichte richtig gut beteiligen. Weil erstens hat der Lehrer dich dann im Anschluss noch positiv im Kopf, das würde ich euch übrigens auch für alle Fächer empfehlen, einfach den letzten Monat vorm Abitur nochmal richtig Gas zu geben. Weil erstens, wenn du eine mündliche Prüfung hast bei dem Lehrer, umso wichtiger, aber auch beim schriftlichen sieht er entweder deinen Namen und selbst wenn es verdeckt ist, erkennt der Lehrer trotzdem manchmal, von wem die Klausur ist. Deswegen gebt da einfach Gas, weil dann seid ihr auch nochmal optimal vorbereitet, seid einfach mehr drin. Und wenn du gerade die Themen, die aufeinander aufgebaut haben, in Geschichte am Ende verstehst, dann ist das meistens auch ein Indiz dafür, dass du kannst zumindest mehr die Dinge, die davor passiert sind, mit dem Endergebnis connecten und das hilft dir auch nochmal wesentlich stärker beim Verständnis. Drittens, Dokus for the win. Dokus sind ja in manchen Fächern so, sag ich mal so, so eine Sache, wo man sagt, boah, ich schaue mir lieber eine Doku an, weil dann lerne ich da besser. Was in den allermeisten Fächern einfach Bullshit ist, ja. Weil, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Doku über Wechselkursschwankungen in Wirtschaft anschaust, dann, da wird wahrscheinlich 90% des Inhalts, wird einfach nicht klausurrelevant sein. Und vielleicht nur 10% und damit kannst du vielleicht gar nicht so viel anfangen, wie eben in Geschichte. Ja, weil in Geschichte, wenn zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, da wird das, da werden bestimmt 90% der Informationen, die da drin vorkommen, auch in der Klausur anwendbar sein. Einfach weil in Geschichte so klar die Themen so, also versteht ihr, an Wechselkursschwankungen zum Beispiel, da kannst du super ins Detail gehen und verschiedene Sachen betrachten. Und beim Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, der ist halt auf eine bestimmte Art und Weise passiert. Ja, und den kann man halt nur so, wie er passiert ist, nacherzählen. Genauso wie du es eben im Unterricht machst. Das heißt, wenn du sagst, ich will unbedingt Doku schauen und mir die Vorbereitung ein bisschen leichter machen, dann tu das unbedingt in Geschichte, da würde ich es sogar empfehlen. Unabhängig davon, ob du lieber am Schreibtisch sitzt oder Doku schaust. Ich würde trotzdem zusätzlich Dokus anschauen, einmal weil es natürlich super leicht ist und zweitens, weil es in Geschichte auch wirklich was bringt. Viertens, unbedingt auch Aufgaben machen. Das versuche ich wirklich vor allem in jedem Fach euch beizubringen, wo man denken könnte, oh, das ist nur auswendig lernen. Ja, Geschichte hat sehr viel mit auswendig zu lernen zu tun, aber es ist genauso möglich, viele Zusammenhänge in Geschichte auch zu verstehen. Und die, dieses Verständnis von den Zusammenhängen, überprüfst du einfach am besten, indem du selbst Aufgaben machst. Und denk immer daran, in der Abiturklausur wirst du niemals Wissen lernen müssen, du musst es abrufen können. Deswegen versuch das jetzt in der Vorbereitung schon zu machen, auch wenn du denkst, es nur auswendig lernen, dann versuch das auswendig Gelernte in Form von, vielleicht hast du Aufgaben im Buch, das wäre natürlich mega geil, dann ansonsten such dir einfach alte Abiture, all die Sachen. Mach das, mach das, mach das, auch in Geschichte, auch wenn das wie auswendig Lernen, wie ein auswendig Lernenfach wirkt, mach das trotzdem, es lohnt. Nichtsdestotrotz, natürlich zählt vor allem Geschichte, fünftens Lernen, Lernen, Lernen. Auch wenn ich euch empfehlen würde, immer in jedem Fach möglichst viel aufs Verständnis zu gehen, in Geschichte kann man wirklich sehr viel rausholen, mit stumpfen auswendig Lernen. Ist nicht zwangsläufig das Effektivste, wenn du eine richtig gerne Lernmethode haben möchtest, hier rechts oben in der Ecke ist das Video zu unserer geliebten AA-Methode, aber wenn du dir sagst, ich bin einfach bereit, alles dafür reinzustecken, in meine Abinoten, dann in Geschichte tatsächlich lernt, 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 lernt und ihr werdet auch garantiert dafür belohnt werden. Es lohnt sich in fast keinem Fach so intensiv und stumpf zu lernen, wie in Geschichte. Versucht aber bitte trotzdem es zu verstehen und die AA-Methode zu verwenden, weil damit macht es euch einfach wesentlich einfacher und es macht einfach viel mehr Spaß. Ansonsten, wenn du in unser Traumambitur-Coaching reinkommen möchtest, ist das meiner Meinung nach definitiv beste Programm, was es gibt, um einfach sein Traumambitur-Schnitt stressfrei, ohne Druck und ohne Angst zu bekommen. Da trage ich einfach unter diesem Video im ersten Link in der Beschreibung an. Während du Zeit aus, wann jemand aus meinem Team dich anrufen kann und abchecken kann, ob das Ganze für dich richtig ist, dir da ein bisschen eine kleine Beratung geben kann und dann werden wir beide bald persönlich darüber sprechen, ob ich dann dein persönlicher Coach werde. Also einfach unten eintragen und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video, dein Leo.